Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es manchmal wirklich hilfreich sein kann, einfach mal ein bisschen den Druck rauszunehmen und warum zu viel Druck manchmal genau das Gegenteil bewirken kann und ja, vor allem auch, wie du das Ganze auch für dich umsetzen kannst. Und vielleicht kennst du das, du nimmst dir was vor, zum Beispiel diese Woche ganz besonders gesund zu essen oder besonders viel Sport zu machen und dann kommt aber doch irgendwas dazwischen und du isst dann ja vielleicht auch die Pizza und oder schaffst es nicht zum Sport zu gehen. Und im Grunde wäre das ja gar nicht so schlimm. Dann würdest du eben danach einfach wieder gesünder essen oder eben am nächsten Tag zum Sport gehen. Was aber ganz oft passiert, wenn wir uns selbst zu viel Druck machen, ist, dass wir uns dann, wenn wir das nicht einhalten können, was wir uns vorgenommen haben, ja einfach richtig schlecht fühlen und vielleicht sogar als Versager oder eben ja uns einfach so sehr darüber ärgern, dass wir das jetzt doch nicht gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben und uns ja, wie gesagt, dann einfach schlecht fühlen. Und das wäre ja auch noch gar nicht mal so schlimm, wenn wir dann einfach sagen würden, hey, wir merken uns, dass wir das nächste Mal und machen das nächste Mal, ja, das einfach besser. Aber es wird dann zum Problem, wenn wir, und vielleicht kennst du das selbst von dir auch, dass wir uns so sehr in so was reinsteigern und das Ganze dann als Ausrede dafür benutzen, um dann zu sagen, naja, jetzt ist es auch schon egal und wir schaffen es sowieso nicht, irgendwas durchzuziehen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann essen wir vielleicht noch nach der Pizza, die wir eigentlich gar nicht essen wollten, weil wir uns vorgenommen haben, besonders gesund zu essen, dann essen wir nach dieser Pizza dann noch die Schokolade und dann die Gummibärchen und die Chips und essen irgendwelche Dinge, die wir eigentlich überhaupt gar nicht essen wollten. Nur aus dem Grund, weil wir uns so sehr über uns selbst geärgert haben, weil wir uns was vorgenommen haben und es dann eben nicht umgesetzt haben oder ja, einfach nicht umsetzen konnten. Also wir haben einmal das Problem, dass wir uns was vorgenommen haben und das dann nicht umsetzen konnten und auf der anderen Seite haben wir unsere negative Reaktion darauf. Und klar kannst du jetzt sagen, naja, ich versuche das nächste Mal dann einfach anders darauf zu reagieren und mich nicht so reinzusteigern, wenn es dann ja eben doch mal nicht klappt oder wenn ich doch mal eben ja einen Ausrutscher habe, wenn man so will. Aber was du auch machen kannst ist, dass du einfach mal beginnst, den Druck ein bisschen rauszunehmen. Denn oft, und das wollte ich ganz lange Zeit selbst nicht wahrhaben, funktionieren Dinge einfach besser, wenn wir uns selbst nicht so sehr unter Druck setzen. Und dasselbe gilt ja auch für Diäten oder bei Diäten wird es oder ist es meistens so. Bei Diäten wird meistens alles, also deine ganze Ernährung von heute auf morgen umgestellt und es ist einfach eine total krasse Umstellung, damit wir auch möglichst schnell möglichst große Erfolge sehen. Und für unsere Anfangsmotivation ist es vielleicht auch hilfreich. Aber das Problem ist, dass es uns oft so extrem schwer fällt, einfach alles, ja, alles komplett auf einmal zu ändern. Und wir fühlen uns dann eingeengt. Wir fühlen uns wie in so einem Käfig, aus dem wir dann ausbrechen wollen. Und es fällt uns einfach super, super schwer, uns daran zu halten, wenn wir uns immer so eingeengt fühlen. Und wenn es dann einen Auslöser gibt. Zum Beispiel irgendwie, ja, sind wir von irgendwas genervt oder haben Stress bei der Arbeit oder wir sind einfach total super müde und K.O. Und genau das ist dann eben so ein Moment, wo wir meistens wieder in unsere alten Muster zurückfallen. Also wenn wir gestresst sind oder eben auch besonders müde sind oder traurig und so weiter. Weil immer genau in diesem Moment, wenn wir uns so ja negativ fühlen, genau in diesem Moment wird der Teil in unserem Gehirn aktiviert oder hat ja mehr Kontrolle über uns, der für die instinktiven Handlungen zuständig ist, für die Routinehandlungen und die Gewohnheiten. Sprich, wenn du jetzt versuchst, dich super streng an bestimmte Regeln zu halten und dann eben ein Moment kommt, in dem, ja, wie gesagt, du gestresst bist oder müde bist oder traurig bist, dann wird es dir extrem schwer fallen, deine neuen, ich sag mal, Diätregeln durchzuhalten. Und sehr wahrscheinlich wirst du einfach aus Kurzschlussreaktion zu den Süßigkeiten greifen oder ja, was auch immer du dir sonst, ich sag mal, gönnst, wenn du dich eben schlecht gefühlt hast oder schlecht fühlst. Und du wirst in dem Moment einfach nicht mehr so sehr daran denken, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Beziehungsweise willst du jetzt erst recht aus diesem Käfig von Diätregeln ausbrechen. Und dann, wenn du dann die Schokolade gegessen hast, wirst du dich dann, genau wie ich vorhin schon gesagt habe, vermutlich noch viel schlechter fühlen, weil du eben, ja, dich genau eben nicht an das gehalten hast, was du dir vorgenommen hast und du dich dann so sehr über dich selbst ärgerst. Und dann wiederum führt das eben dazu, dass du dann eben nochmal mehr das Bedürfnis hast, noch mehr essen zu wollen, weil du dich eben schlecht fühlst und dir vielleicht denkst, jetzt ist es auch schon egal oder es muss sich jetzt besonders lohnen, weil morgen wird ja dann komplett nochmal von neu angefangen und morgen machst es dann richtig. Und genau, dann essen wir oft viel, viel mehr, als wir eigentlich gegessen hätten, wenn wir einfach gesagt hätten, hey, ich gönne mir jetzt dieses eine Stück Pizza und dann ist es auch okay. Und oft, zumindest war das bei mir jahrelang so, dass eigentlich mein komplettes Essverhalten so aussah. Ich habe mir vorgenommen, super strikt zu essen und dann kam immer wieder dieser Moment, dass ich eben dann, ja, das doch wieder nicht einhalten konnte und dann viel zu viel gegessen habe, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber einfach nur, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Und dasselbe kann aber auch passieren, wenn du einfach Dinge isst oder auf einmal Lust auf etwas hast, was du dir die ganze Zeit verboten hast. Dass du dich dann einfach danach so schlecht fühlst, wenn du das gegessen hast und dann einfach den Drang hast, immer mehr davon zu essen und einfach nicht aufhören kannst. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass genau diese Muster besonders extrem waren, wenn ich mir selbst zu sehr Druck gemacht habe. Wenn ich mir extreme Regeln aufgezwungen habe, die eigentlich nicht wirklich umsetzbar waren. Und genau dann habe ich genau das Gegenteil damit erreicht. Und in einer Woche zum Beispiel, wenn ich mir vorgenommen habe, in dieser Woche mich besonders strikt zu ernähren, dann habe ich meistens in Summe viel mehr gegessen, weil ich mich so viel öfter über Essen habe oder Heißhunger bekommen habe, als in den Wochen, in denen ich mir ja gar nicht so sehr den Stress gemacht habe, weil ich vielleicht wusste, dass ich ohnehin die Woche nicht besonders strikt essen kann, weil es sowieso ein Geburtstag ansteht oder ja irgendwas anderes ansteht. Und was mir auch aufgefallen ist, dass mir eigentlich das Essen nie wirklich viele Probleme bereitet hat, wenn ich den Fokus gar nicht so sehr darauf gerichtet habe. Zum Beispiel, wenn ich viel um die Ohren hatte und viel unterwegs war oder an irgendwas gearbeitet habe und einfach ja Abwechslung in meinem Alltag hatte und den Fokus gar nicht so sehr auf mein Essen gerichtet habe. Dann hatte ich A, nicht so den Drang zu essen, weil ich gar nicht so viel daran gedacht habe. Und B, wenn ich dann gegessen habe, habe ich einfach irgendwas gegessen, weil ich Hunger hatte und habe mich dann auch nicht schlecht gefühlt, weil ich mir ja nicht vorgenommen habe, etwas, ja nur etwas Bestimmtes zu essen. Also wenn ich dann die Pizza haben wollte, dann habe ich die Pizza gegessen und konnte dann auch einfach aufhören, wenn ich genug hatte, weil ich mich ja, weil ich mir ja gar nicht so sehr den Stress gemacht habe. Wohingegen, wenn ich auf Zwang versucht habe, mir alles zu verbieten und Lust auf eine Pizza gehabt hätte und die ganze Zeit gesagt hätte, nein, ich darf die Pizza nicht haben, dann wollte ich sie umso mehr. Und früher oder später habe ich sie dann auch gegessen. Und genau in den Momenten konnte ich dann eben nicht mit dem Essen aufhören, wenn ich satt war, weil sie ja quasi verboten war. Und ich mir dann gedacht habe, dass ich sie jetzt noch das eine letzte Mal haben darf und dann vielleicht, ja, nie wieder oder zumindest für eine bestimmte Zeit nicht mehr haben darf. Und ich glaube, man muss so ein bisschen herausfinden, was für einen selbst am besten funktioniert. Und für mich hat es tatsächlich nie so richtig funktioniert, wenn ich mir gesagt habe, dass ich jetzt einfach nur noch das esse, worauf ich Lust habe. Denn dann habe ich wieder im Kopf ja an so viele Dinge gedacht, die ich jetzt essen könnte, weil ich sie ja immer, weil ja, weil sie ja immer irgendwie verboten waren. Und jetzt dürfte ich alles essen. Und dann habe ich mich einfach auch wiederum sehr viel mit dem Essen beschäftigt und habe dann sehr viel auch wieder an Essen gedacht. Und dann hatte ich auch wieder mehr Lust darauf, irgendwas zu essen. Und deswegen hat das für mich tatsächlich nie so richtig gut funktioniert. Was für mich aber funktioniert hat und was für mich auch nach wie vor super gut funktioniert ist, dass ich mir immer denke, dass ich meinen Körper gut versorgen will, dass ich ihm ein gesundes Essen geben möchte, aber dass, wenn ich wirklich Lust auf was Ungesundes habe, dass ich das dann auch essen darf. Und dass ich mich fit und gesund fühlen will und darauf den Fokus richte und nicht darauf, was ich nicht haben darf. Und dass ich mir denke, welche Lebensmittel tun meinem Körper wirklich gut. Und wenn ich dann, ich sag mal, eine ausgewogene Grundlage geschaffen habe an hochwertigen Lebensmitteln, dann ist es auch gar kein Problem, wenn man dann hin und wieder ja einfach was Ungesundes ist. Und was tatsächlich auch noch einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ist eben, was in deinem Kopf passiert. Ob du nur das siehst, auf was du alles verzichten musst oder ob du es so siehst, dass du dir denkst, ja, wie du deinen Körper optimal versorgen kannst und dann eben auch hin und wieder mal, wenn du Lust auf was Süßes hast oder generell ja ungesundes Essen hast, dass es dann auch okay ist. Und dann witzigerweise verschwindet auch nach und nach der Drang nach so vielen ungesunden Lebensmitteln. Und früher hatte ich immer das Gefühl, als müsste ich immer verzichten und meine komplette Ernährung ist ein komplettes Verzicht, bis dann eben wieder der Heißhunger kam und dann gab es irgendwie alles. Und ich konnte ja noch nicht mal genießen, weil ich das Essen dann mit so einem schlechten Gewissen gegessen habe. Und heute ernähre ich mich ganz entspannt recht gesund, weil ich einfach merke, dass ich mich damit fitter fühle. Und wenn ich dann eben Lust auf was Ungesundes habe, dann ist es gar kein Thema mehr. Wenn du den Druck rausnimmst und du dich nicht so sehr verrückt machst, dann wirst du einfach merken, dass es dir viel, viel leichter fällt. Denn du wirst einfach nicht so diesen Drang danach spüren, aus deinem Käfig ausbrechen zu wollen. Und was auch noch einen enormen Unterschied macht, ist, dass wenn du dir selbst nicht so einen krassen Druck machst, dass du dich dann auch automatisch nicht so sehr mit dem Thema Essen beschäftigst. Also damit, was du essen darfst und was du nicht haben darfst. Und ja, dann denkst du auch einfach viel, viel weniger an Essen. Und dementsprechend hast du dann auch nicht so viel Appetit, weil du einfach auch gar nicht so viel an Essen denkst. Denn zuallererst ist ja immer der Gedanke an Essen da. Und dann wollen wir essen und dann greifen wir zum Essen. Und wenn du dich aber nicht so sehr auf das Thema fokussierst, sondern einfach dein Leben lebst, deine Hobbys hast, deine Beschäftigung hast, dann denkst du viel, viel weniger an Essen. Und dir wird es auch viel, viel einfacher fallen, dann in dem Moment, wenn du dann eben an Essen denkst, einfach etwas Gesünderes zu wählen. Oder ja, wenn du einfach nur so an Essen denkst und überhaupt gar keinen Hunger hast, dass du dich dann einfach wieder mit etwas anderem beschäftigst und nicht immer unbedingt auf deine Gelüste eingehen musst. Und daher, ich finde klar, eine gesunde Ernährung ist irgendwo wichtig, damit dein Körper fit und gesund ist oder eben auch gesund wird, wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen möchtest. Aber ich kann dir nur aus eigener Erfahrung den Tipp mitgeben, wenn du dir zu sehr Druck machst und dich zu sehr stresst und dir irgendwelche unrealistischen Dinge vornimmst, dass es dann oftmals einfach nur das Gegenteil bewirkt. Und abgesehen davon wirst du damit nicht auf Dauer glücklich. Denn frag dich doch mal, ob du diese Ernährungsform, die du dir dann eben vielleicht für eine Woche oder zwei Wochen oder einen Monat vornimmst, ob du die auch wirklich auf Dauer beibehalten möchtest. Und wenn nein, dann solltest du das einfach auf jeden Fall mal überdenken. Denn wenn du es so oder so nur für eine Woche oder zwei Wochen oder was auch immer durchhalten kannst oder durchhalten willst, dann ist es doch nicht wirklich nachhaltig und du wirst dann danach sowieso wieder dort stehen, wo du da vorstandest. Also versuch das doch einfach mal. Setz dir realistische Ziele, nimm den Druck raus und versuch dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als immer nur mit dem Thema Essen und was du essen darfst oder was du eben nicht essen darfst. Und schau einfach, dass du deinen Körper ausreichend versorgst, dass du ihm ja ausreichend gesunde Lebensmittel als Grundlage gibst und dass du, wenn du Lust hast auf die Pizza oder auf die Schokolade oder auf das Grosso, dass es alles gar nicht so wild ist. Und wenn du eben diese gesunde Basis hast, dann ist es alles gar kein Thema. Und mach dir nicht so einen Stress, denn wie gesagt, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir ganz oft dann eben das Gegenteil bewirkt hat. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest auch was für dich herausnehmen. Und ich freue mich natürlich wie immer auf eine positive Bewertung und wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, hab einen wunderschönen Tag. Deine Laura.